The Label.de heute mit den sexiesten Ladies im Anzug. Denn der Damenanzug kann ganz schön heiß sein, wie hier Olivia Wilde beweist. Auf der Premiere ihres Films Rush alles für den Sieg. Das geht schon Richtung Smoking, aber ohne das Hemd. Und sie ist nicht die Einzige mit diesem Style. Stacey Kiebler, ja richtig, die Ex von Clooney, kommt da schon fast wie eine Geheimagentin daher. In Monique Lugier geht jeder gerne mit ihr auf eine Geheimmission, bin ich mir sicher. Ja, wenn auch Miley Cyrus vor ihrem umstrittenen Makeover im weißen Jean-Paul-Gaultier-Blazer zeigt, sie vor allem sexy Beine, ein BH wird nicht benötigt. In diesem coolen, slicken Versace-Suit, die wilde Taylor Mormson. Damit ist sie in jedem Rockerschuppen die Braut des Abends. Ja, manche Frauen sehen im Anzug wesentlich sexier aus als im Little Black Dress.